hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play schatten des krieges drei typen erlegt jetzt kommen die nächsten was ist denn das massakriere kriegstrommler locket den häuptling hervor aha da kann man die häuptlinge schon angreifen aber ich würde erst mal sagen dass man die gebiete frei schreibt ja es ist doch gut und wo ist denn die richtig die richtig ist da und los also ein bisschen von von leicht nach schwer oder sonst geht es zu sehr durcheinander dann ich möchte eigentlich noch etwas schneller zum rennen gut dann 5 meter wenn ich das gewusst hätte ich bin nicht sicher mit dem ein und her ständig zu kann der giftmischer aber wir sind wirklich nicht so blau das also irgendwie ist doch besser so wie die beleuchtung ersetzt wir waren nämlich viel zu blau immer und da wundert uns sind die stützpfeiler der truppen des häuptlings den spruch kenne ich doch tötete die olox und was jetzt luft terrorisierungs töten ja luft aber was ist denn luft terrorisierungs was war das das ist jetzt eben ihm den job übergeben wenn er näher kommt ach so der wartet jetzt da ja wie geil ist das noch nie gesehen aber es hat ja auch nicht funktioniert aber da ist ja gleich also was muss ich machen olox töten und luft terrorisierend tötungen machen oder sind ja die olox sind die grossen ja aber das ist nicht so schlimm aber die kannst du nicht luft terrorisieren das ist ja krass das ist ja krass das mit dem schulterstoß das werde ich wahrscheinlich nie lernen das ist irgendwie so für mich so total seltsame kombination aber cool das ist richtig in die olox ah den hättest doch luft terrorisieren können terrorisier doch den luft ach so voll versifft zack und klonk und fu machen wir mit dem auch grad zack ja super das geht voll easy der blöde hügelchen dort links ist ein schütze oh der kann man gleich luft terrorisieren aber nicht töten du ich fühle mich gerade ein wenig kompliziert da irgendwie das ist wahr irgendwie geht das besser jetzt aber und kriegst du sogar noch einen diamant dafür yippie so und jetzt können wir uns um die olox kümmern ein feind schlägt alarm ach du leider aber direkt unter dir ist auch ein gelber punkt ja was ist los drück mal x zu hä hä jetzt ist plötzlich alles so ein wenig eingefroren und ein wenig langsam und ja das macht er aber ganz gern mal da hast du ein bisschen mehr zeit zum reagieren das kenn ich aber so nicht doch das macht er schon manchmal zeitlopenmodus praktisch das ist jetzt eher unpraktisch aber ok ich liebe sowas als tastenlegastheniker ja so und jetzt müsst ihr da unten wieder einen haben wo man kann angruppen wo ich allein starte dann kannst du den madenwurm auch noch ich glaube der ist schon tot ja schau so wo ist das denn da muss sie mitten in der schlacht noch schnell du bist einfach so ein geiles siech zack oh jetzt bin ich langsam geschehen das finde ich aber auch ziemlich schwer dieses kreis drücken dann zwischendurch da bist du immer gewohnt dass du x drücken musst oder y und dann kommt da der kreis daher ja mhm ah schade na ah wieso haut er denn ab hat halt angst vor dir das sind noch viel mehr im übrigen ah das ist ja gemeine das ist nochmal einer ah da bin ich mich einfach nicht gewöhnt die option mit es wird gerade alles vernichtet das ist echt nicht für mich ach du ja ja den kannst du nur umhauen da den oluk der ist schon fertig ja der ist schon am sterben gewesen eigentlich ja stirbt doch jetzt zack oh das ist ja fies Achtung ah da ist er ja der zucker pass auf der haut noch einer auf dich ein was ist mit meinen oluk passiert tot alle tot seines fleisch bezahlen zucker ah das ist er der der naja einfach tot macht ja scheiße oh dann wollen wir da rüber kannst du den auch noch schlumpf terrorisieren vielleicht nicht opa tschuldigung jetzt schlumpf terrorisierung eine berührung boah das sind ganz schön viele lecker mir schlumpf terrorisieren schlumpf terrorisieren ach dann halt doch die sprüchpringer schnell ich nehme einen schluck du das das doch mal ein szenario so mit dem hintergrund üble bilder der tanzende oluk so hören wir dir kollegen das ist einfach schön es ist einfach schön hey halt so gehts jetzt holen die pass auf da steht eine Falle ja nun ich habe einen dich selber ne ne den brauchen wir noch 25 ist nicht so schlecht so was machen wir mit dem eindringen ich würde bei einem der schon 20 leibwächter hat der da so infiltration zack gut mei 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 ja das geht ja wie geschmiert und schon haben wir da kein Alarm da jetzt ist der Falle blau ja da hinten haben wir noch einen wo ist er da? ah da geh doch nicht weg ich will ja nur versiessen da ist rechts von dir noch mal einer da aber wo denn? links da ist er da ist er klappt es nicht nein da tut er irgendwie komisch ui cool ui zugekumpelt so aber jetzt können wir ja mal wieder eine Mission machen oder? ja ähm was ist mit dem X? was ist das? ach der Gundi den haben wir der Gunther der Gunther der König Gunther von Burgund da müssen wir sowieso langsam weil die Zeit läuft ab ja und wenn wir uns noch rächen wollen an dem gäh aber der hat eigentlich mich getötet das ist gleich ich reich mich für dich in deinem Namen und sie weiss nicht dass sie nicht allein ist dort hinten ist er ah wir sind noch etwas zu weit weg aber wir wissen wo er ist die 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 schwubidu 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 so jetzt müsst ihr dann langsam da sein genau GUND 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 steht es auf der Hut? ist er gestanden? es ist schlecht aber feilen kannst du ja trotzdem oder? jup feilen du kannst auch wieder übrigens den Hauptmann herbeirufen ah ja gute Idee für später ja so jetzt war jetzt nichts schönes nicht runter springen gäh sondern abschießen ich habe eigentlich die Hoffnung was? oh MADEE dann schauen wir noch schnell wann er kann und wann er nicht kann was er kann ja wie ist dein Futter? weichschädel 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 klingt wie ein Zombie irgendwie ui niedlich ein Geschenkli und da ist nochmal ein Geschenkli oh ho ho es gibt uff uff aber weichschädel ne eigentlich ja weiss was du mir willst sagen weil das war knapp da ja das mit dem Geschichtli wo immer los gebracht werden weichschädel treff ich dich diesmal nicht auch noch Spass gemacht Achtung Achtung ich du gehst mal zerauf den Sack mache ich halt dich zuerst ein ich habe das Gefühl immer wenn du auf einen einhaust da bist du so bissl so bissl taken away und willst das fertig machen sicher Und dann kriegst du es immer aufs Maul. Darum kann ich nicht mit dem Ding umgehen. Dass gerade alles leer wird. Wenn ich halt ab und zu mal wieder ein Suft-Bessen überkomme. Das ist halt so. Aber jetzt ist er allein. Gebrochen. Aber ich würde sagen, das war jetzt nicht bei einem Suftstand. Schwingen. Brav, brav. Auch spionieren. Was immer du verlangst, Herr. Da kommt noch einer. Zing! Du solltest einfach nicht so auf mich zurennen, so offensichtlich. Das ist echt einfach eine dumme Idee. Haben wir noch Zeit für den? Wir haben... naja, ewig. Ja, sensationell. Mal los. Wenn wir schon gerade so drin sind. Wir haben einen Toten, hat er gerade festgestellt. Ist dann ganz ein schneller. Ob es denn langt? Einen. Würde ich ja sagen, 20 ungefähr. Oh, hast du ja gesehen. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich auch nicht. Arzbroz. Arzbroa Ohrensammler. Gegen Unbekannt. Wir sind Unbekannt. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Richtigen sind für ihn. Ja. Oder schon mal einen kleinen Unbekannten. Da ist der Heuchler. Du kriegst mich nie, Lava. Oh, bitte. Demütiger. Wir stoßen dann einfach mal dazu. 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 Ähm. Aus. Schenkelklopfer. Wo ist der Ander? Warum nimmst du den nicht? Wieso? Weil der Ander 22 hat und er auf den Sack geht. Und da hinten eine Blätter gestanden ist. Aber ich bin halt ein wenig... Aber den O-Lock, den kriegst du jetzt nicht. Einfach so. Was soll ich denn? Ich glaube, du solltest deinen Kollegen ein bisschen untersch... Super. Das war der falsche. Oh, wie spaßig. Endlich mal ein bisschen Action. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Also unsere zwei Kollegen sterben. Hol dir den Leibbecher. Das habe ich schon gemacht. Ah, okay. Ist das unser Leib? Das ist ja unser... Der blutet. So, jetzt bist du langsam gewesen. Du vollpfosten. Achtung. Habe ihn. Oh, halt. Geh weg. Boah. Das ist übrigens eine Errungenschaft, den es lang auf einen eigenen Eindruck ist. Was ist denn? Dann tut er sich gegen dich her... erheben wieder. Okay. Na, verständlich. Aber den Leibwächter will ich... Kannst du den nicht schlecht töten. Den Leibwächter will ich nicht mehr. den wir austauscht werden. Warum? Weil der mit seinen... äh... Blitzfallen-Zeugs... mir auf den Sack geht. Das war das absolut nicht geplant. Nächstes Mal gehörst du mir! Du bist ein ganzes Mordor, warum du... Nein, nein! Geht doch. Die meine ich da, die Blitzdinger. Ja, ja. Okay. Aber die sind halt nicht nur für dich unangenehm, sondern für die anderen auch, weißt? Ja schon. Von daher... Auch für mich ist es nicht unangenehm. Jetzt aber, jetzt aber. Komm, holen wir. Jawoll! Gut. Also, eins. Gut. Wo sind die anderen zwei? Weiter kämpfen. Weiter kämpfen. Weiter kämpfen. Oh! Ah! Du bist einfach ein Saftraser! Achtung! Jetzt merke ich sonst. Oh! Halt! Falsche! Sehr schön! Sehr schön! Das ist ein bisschen das Gewühl, oder? Ja! Ein Fluttervierer, oder? Oh! Da sind mehr als vier. Wieso doch? Das waren vier Hauptmänner. Ja, einen haben wir noch. Aha! Das wäre der eigentliche gewesen. Ja, oder einer von den beiden. Wo ist er denn? Ja, gut. Ah! Ja, hau ihn halt. Ein, zwei Mal, dann. Na, der ist tot. Gut! High five! High four! Oh gut, der macht gerade einen Abflug. Was wusste der? Ah ja, nicht. Er hat es einmal gewusst. Ups! Oh! Warum sind denn die weiss? Weil ich könnte... einem Kollegen sagen, er soll es umbringen. Aha, ja! Uh! Ah, nein! Ehrlich! Ich sage dir. Darf ich ihn umstellen? Du mach was du willst. Was? Ja, was haben wir da? 25. Das ist ja der da, den wir jetzt haben. Der mit dem Schild. 25. Der da. Nein. Ja, ja! Der da hinten ist es. Der da, der da. Ja, der rechts. Da haben wir doch sicher einen besseren. 23, 23, 26. Befehlungen. Ja. Spion beauftragen. Was? Ah, nein. Und wenn du wieder so rumspuckst, dann brügele dich runter. So! Wie viel Zeit dahinter? Äh, Minute oder so. Gut. Dann schauen wir mal, ob da noch etwas in der Nähe ist. Ist das in der Höhle oder was? Zip! Gut. Die Frage ist, ob ich so schnell dorthin komme. Naja. Weiter schlafen. Aha, das ist ein Suchauftrag. Ein Festmahl. Ein Festmahl. Ich muss nicht riechen, was sie kochen. Und dafür bin ich Donnerwanst. Da gibt es übrigens einen Film-Pailer. Ich muss das! Was gibt es da? Er sagt irgendwann einmal, dass er riecht, wie das Zeug riecht. Hä? Da der Celebrine-Pro-Kollege. Was ist das? Die lüssen alles. Hör, habe ich jetzt auf die Nase bekommen? Ja. Ich muss das! Was mache ich da eigentlich? Du wolltest euch den Donnerwanst suchen. Ah, genau. Den haben wir den, oder? Da ist er. Wohl wahr. Jetzt heißt es, es ist wirklich Donnerwanst, wie gesagt. Runterspringen, runterspringen. Ah. Der war rot eigentlich. Jo? Ja, ja. Nein, ich dachte es. Das stimmt, überall blendet es. Offensichtlich nicht. Äh, was? Ja. Also ich weiss auch nicht auf, was ich einbrügele. Aber Hauptsache ich brüge mich. Oh, halt! Ah! Das ist ja gleich. Achtung! Du, jetzt. Ah, das geht ja eben nicht. Normalerweise kann ich dann eben diese hier im Hinblick alle machen. Hey! Achtung! Ah, doch mit Buh! Ah! Was für ein Sack! Wo ist er? Ja, da. So, jetzt ist er. Ah! Leck's mir warm! Aufziehen, aufziehen, aufziehen! Ja, geht nicht. Geht nicht. Wie gesagt, für mich ist die Einstellung nichts. Aber jetzt. Aber, ehrlich meinen. Ja. Sehr schön. Zack! Wir haben ja eigentlich nicht auch diese Einstellung. Ah ne, nur wenn du doppelt aufgeladen bist, kannst du mehrfach Todesstilfe machen. Ja, das passiert ja. So zeige ich nie. Naja. Ähm. Da unten hätt's ganz viel Geld rumliegen. Naja. Das wird so viel nicht sein, oder? Oh, da blutet einer. Kollege. Das kann man so nicht lassen. Oh, da ist wieder der, der man anspuckt. Ne, das ist nett. Kannst du doppelt beherrschen auch? Ja, ja. Kampf beherrschen, kannst du auch so weiterziehen. Ach, das wüsste ich auch nicht. Ja. Ich kann ja nie mehr Kampf beherrschen weg der Einstellung. So. Was ist denn jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Oh, ey. Ich bin jetzt eigentlich nur noch da. Das klärt mir da. Ja, dann musst du ihn töten hier, den Kollegen. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Was eben gar nicht so einfach ist. Ah, ist ja fisch. Ah, jetzt wollte er noch leersaugen. Jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist Schluss hier. Jetzt ist Schluss hier. Also, dann bis gestern. Tschau. Tschüssi.